Im Alphatal! Dort ist auch die Piste für Steine, gell? Ja, 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 ja! Achtung, Leute! Leute, jetzt kommt ein Tier, das wieder vorne die Büchse deckt, gell? Die Ski-Lift-Spezialistik kommt! Die schwarze Bügelfrau, ich warte immer auf den schwarzen Bügel. Aha! Ist der schwarze Bügel besser? Nur auf den schwarzen, gell? Der schwarze? Ja, ja! Eben, er steht gut drauf, weisst du? Ja, ja, mach zu! Da gibt es dann 4-Jährige, die nicht so gut draufstehen? Ja, und wir sind auch gar nicht. Das ist cool, Heba. Ich bin nur so eine Stunde runter. Und denke an meine Worte, Christine, es wird von Mal zu Mal. Es wird einfach. Und eben siehst du bei uns. Vorne bin ich noch etwas unruhig geworden, weil es 10 Minuten neu war. Wir sind dann im Tiefschnee stecken geblieben. Aber äh... Das erste Jahr ist das anstrengendste für mich. Wir können noch etwas besser jetzt. Also ich weiss, du bist hier ein offizieller. Hey du, Friedi! Alles klar? Ja!